So, das war der Startschuss zur zweiten Halbzeit. Ein Spiel VfL Nürnberg gegen die Johannesser TSV. Die wurden mächtig jetzt in der Pause von ihrem Trainer zusammengefalten. Obwohl ich wirklich sagen muss, so schlecht sind die gar nicht. Wir sind nur einfach besser, das ist das Problem für Johannes. Also Jungs, für uns gilt es jetzt, Tore machen, Tore machen. Die Chancen, die wir hatten, auch mal ummünzen in Tore. Verdient hätten sie es dreimal, viermal, das muss man wirklich sagen. Freischluss für uns, geht gut los jetzt. Kubi, Marcel, Kubi, Kubi jetzt in Stein auf Maxi. Hacke, auf Onur, nein, nochmal Felix. Onur, Onur jetzt, nein, das falsche Bein. Jetzt mit links und Tore, 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 Tore. Der Onur macht, der Onur macht. Ah, herrlich, das 1 zu 0 in der vierten Spielminute der zweiten Halbzeit. Total die 39. Spielminute hoch verdient. Das 1 zu 0 durch Onur. Das ist ihm zu wünschen. Prima, hat ein super Spiel bisher gemacht. Super Pässe. Klasse Onur, super, weiter so. 1 zu 0 gegen Johannes. So, Kubi jetzt, Freistoß. Oh, schönes Ding, schönes Ding. Ah, etwas zu hoch wieder, der hat zu viel Kraft heute, der Kubi. So, herrlich, der Onur wieder, Onur heute in Glanzform. Auf, Dennis, Dennis, schön vorgelegt, Dennis. Jetzt, ah, schade, super, super, super. Schön, Dennis, prima. Ah, wir machen Druck hier. Ein klasse Spiel von unseren Jungs heute. So, Freistoß für TSV. Boah, ich habe ein dummes Gefühl hier. Hoffentlich brennt da nichts an. Ah, schön, der Enrico, gut rausgekommen. Thema. Kubi, auch heute wieder. Oh, jetzt Ibo, 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 Ibo mit Einsatz. Ibo, gesperktes Spiel auf Ibo. Ah, jetzt kam er nicht mehr durch, durch die viel zahlreiche Beine. Und Marcel, gleich mal abgezogen. Klasse, Jungs, klasse, klasse. Klasse, Ibo, klasse, Maxi. Super. Oh, noch ein Ratsch. So, Felix gleich wieder rein. Jetzt, Ibo, Ibo, jetzt. Dennis liegt zurück zum Ibo. Der war hinter dir. Und Maxi jetzt, mal Kopfball. Oh, jetzt. Oh, nein, nein, nein. Jetzt pfeift er auch noch ab, du. Keine Ahnung, du. Der von ich und ich, der Schiedsrichter. Ach, Mensch, du. Kubi, Kubi, Freistoß. Oh, ein sagenhaftes Ding. Die ist so warm, der Ball. Bleibt dran, Jungs. Kubi, oh, Kubi, Kubi, Kubi. Jetzt, Ono, Ono ist da. Oh, Ono hat aufgepasst. Komm, jetzt, der Jut. Da. Ich krieg die Krise. Es ist nicht wahr. 1 zu 1, super wieder gemacht, du. Es ist selber reingehauen, das Ding hier, kann man sagen. Zehnte Spielminute, zweite Halbzeit, total die 45. 1 zu 1, du. Es ist nicht wahr, ist das hier. So, Maxi. Maxi, mit Schuss. Ja, mehr war nicht drin. Gut gemacht, Maxi. So, Kubi, mach Druck hier. Auf Ono, komm. Oh, Marcel. Kubi. Ono. Ono. Maxi. Ja, Ono, Ono, der macht's, der macht's, der Ono. Der macht's, der Ono. Super, super, super. Das 2 zu 1. Postwendend, postwendend. Super gespielt. Zwischen Maxi und Ono. Und der Ono haut ihn rein in der 17. Spielminute der zweiten Halbzeit. Herrlich, herrlich, herrlich. Klasse gemacht. Von Ono zum 2 zu 1 gegen TSV Johannes. Aus. Drauf auf die Leutmannsch! Ja! Ja! Lass du, Mensch! Will denn? Oh, Berkhan, klasse, Kubi, Kubi, hoffentlich wird es jetzt keine Abwehrschlacht hier, wir sind klar besser, Maxi jetzt, Maxi, Maxi, jetzt schauen wo Dennis läuft, jawohl, klasse gespielt, Dennis, Dennis, komm, weiter, weiter Dennis, gegen zwei, gegen zwei, ja, das wird schwer, Berkhan, klasse, Onur, super, Onur, wieder, Schuss, und jetzt hört Dennis, mach it, schönes Ding, jetzt hört, nein, ein riesen Ding von Marcel, schön gespielt von Dennis, klasse Dennis, super, super, so, Serkan, Serkan hat sich den Ball erkämpft, klasse, der Serkan, man merkt, dass er wieder dabei ist, der Serkan, ah, jetzt war es einer zu viel, aber immerhin, Einwurf rausgeholt, klasse, einfach Druck gemacht, prima, Serkan, weiter, So, Einwurf, ah, der Onur, ah, herrlich, wieder der Onur, ah, wieder zwei gefoppt, Kubi, Rubi auf Dennis, ja, schön, Dennis, jetzt schauen, und jetzt mal selber im Abziehen, jawohl, ah, abgefälscht, weiter geht's, weiter geht's, zurück, darf er nicht spielen, schön, jetzt, drin ist er, drin ist er, 3-1, 3-1, Dennis, 100% Vorlage, und der Marcel, Stelle am richtigen Ort, das 3-1, durch Marcel gegen TSV Johannes, super, 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 hochverdient, Jungs, ein tolles Spiel von euch, in, äh, ja, welche ist das jetzt hier, die 21. Spielminute der zweiten Halbzeit, total, die 56. Spielminute, das 3-1 gegen TSV Johannes, prima, prima. Ah, geil, ja, geil, Dennis, komm, so, Maxi, Oh, herrlich gespielt von Maxi, nochmal, in die Mitte, und es gibt Eckball, klasse gemacht von Maxi, auf Dennis, prima. So, Onur, Onur, heute wieder in Weltklasseform hier, ah, schaut euch das an, schaut euch das an, schön, auf Dennis, noch abgelegt, jetzt wieder zurück, Marcel, auf, Onur, ah, da ist es, guck mal nicht durch, Onur, wieder dran, wieder dran, Maxi muss aufpassen, dass er nicht auszutzt, Onur, immer noch, ah, die Viehbeine ab, wer Max schießt, Und, ah, vorbei, schade, ah, wir machen Druck hier, prima, Jungs, weiter so. So, Einwurf, Dennis wird werfen, auf Maxi, Maxi, natürlich, jawohl, Maxi, schön gelupft, da ist keiner, nein, da ist keiner, schön gemacht von Maxi, super, über alle drüber, schade, da war dann keiner mehr. Ah, Maxi war weg, Maxi gleich aufgepasst hier bei einem Abstoß, der Torwart kam nicht weit, oh, gut, jetzt, und jetzt aufhebel, ah, ja, schade, so was kann auch mal reingehen. So, schneller Einwurf vom Dennis, jetzt auf Maxi, schön, Maxi wieder zurückgelegt, Maxi, Dennis immer noch, klasse, der Dennis, schön, schaufeln und, ah, schade, prima, wieder gespielt, Wir sind heute in Spiel, auch eine super, super Aktion, die wir hier den ganzen Tag schon sehen, hier, super gespielt.